Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge! Wieso sind die so schnell? Schäuber, von links! Lüster! Na, das geht ja schon recht munter los. Patreos, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Was ist diese Kette im Wasser? Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Ah. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte gegen Odi und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als sie euch kennengelernt hat? Hast du bloß gesagt... Nein, blühte das Haus. Ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann fünf Tage allein gelassen? Nein. Meine Mutter konnte viel besser angeln, als ich. Äh, habt ihr das dort gesehen? Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Der Weg geht kurz hinter dem Geysir weiter. Uh! Aber du musst dich nennen? Tir war ein Freund der Riesen? Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannt ist. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Oder ob er die Finger vielleicht zurückkommt. Besser in seinen Händen als hier draußen. Besser in seinen Händen. Besser in seinen Händen. Besser runtergeben. Von links! Ja! Zeig es ihnen! Lista! 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 Gezeiten, Bruder! Noch! Noch einer mehr! Gut, das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Ah, wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Hm, sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Das ist ein Erdbeben, das ist ein Erdbeben. Kommst du von hier an das Rad heran? Oh wow, ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich habe nachgedacht, es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge, Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon, aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire, beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Vielen Dank.